willkommen zurück zu einer weiteren folge fort auf meinem kanal die neue season ist hier angebrochen ich würde sagen wir starten einfach mal direkt rein in die allererste runde von mir um zu schauen was uns erwartet so null bauen solo natürlich an ihr kennt mich ihr wisst dass ich nur so spiele weil bauen ich kann nicht tausend sachen auf einmal bauen weil ich ja nichts ich habe meistens fett finger so und da würde ich meist immer nur ein was bauen das sind am meisten immer die schrägen außer ist da auch ob immer hunderte gegner auf dann natürlich wende aber ansonsten eher null bauen bauen mache ich nur an wenn es quests gibt die man da machen soll also aufgaben ich habe tatsächlich nicht geguckt was für aufgaben gibt tolle vorbereitung wöchentlich meilenstein ist erstmal egal wöchentlich okay pflanze öl setzlinge überlebe sturm fahren sorge blablabla ach du scheiße im verlauf eines matches hammer sturmgewehr und einen zwei schuss schrotflitte springen in verschiedenen matches auf den rücken eines wolfs oder wildschwein erst mal schnell bedanken aber ist das für ein bus und wie sieht die map im übrigen aus erstmal raus scheiße wohin dahinter irgendwo normalerweise ist es ja so dass es zu jeder neuen season eigentlich eine runde gibt wo man nur gegen bot spielt ist hier anscheinend was ist das denn ist das hier eine bootstrecke leute das werden bestimmt aufgaben werden die man machen muss da bin ich gespannt okay okay schon mal nice ich weiß nicht was ich hier gerade mache ist mir alles noch zu neu oh ich höre geballert wow erster spieler der das gemacht hat was ist das nehmen wir vorsicht aber mal mit auch wenn es eine kackwaffe ist ich habe nur ein schild nicht gut cool cool okay nice nice ganz kurz wo muss ich hin in die richtung okay ja rennen jetzt hier welche rum oder nicht erste runde ich möchte nicht gleich als weiß ich nicht wieviel doch sterben wirklich riesig ausprobieren anders ja was ist mir egal Okay. Okay, 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 nice, nice, nice. Jetzt habe ich den Trank weggemacht, scheiße. Und die hatte eine Waffe für mich, aber ich habe kein Gold. Shit. Das Sturmgewehr, das zieht mir zu schnell nach oben, muss ich sagen. Aber, trotzdem nice Sache. Ja, nee. Na, wollen wir mal so langsam. Okay. 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 Munition ist immer gut. Jetzt habe ich ein Auto gehört, ich höre Geballer aus der City, ich weiß es ist ein Fehler hier hin zu rennen, vor allem für mein Glück ist es definitiv ein Riesenfehler. Huch was tasten? So es tut mir leid, dass ich hier gerade einen Cut machen musste, aber ich bin immer noch in der gleichen Runde wie man sieht an der Ausrüstung und und und, aber mein Sohn hat angerufen, es war nichts wichtiges, das hätte er mit seiner Mutter klären können, ganz ehrlich. Sorry dafür, aber so sind halt Kinder. Kann man halt nicht ändern. Und jedem denen das stört, dass ich auch meinen Cut setzen muss wegen meinen Kindern, weil die anrufen oder wegen irgendwas anderen, ganz ehrlich, der soll wegschalten. Oh Gott. Dem kann man gar nicht reden, wow. Ich habe da hinten auf jeden Fall den Landgren sehen, der ist da hoch. Ich habe da hinten auf jeden Fall die Flucht. Ich habe da hinten auf jeden Fall den Flucht. Ich habe da hinten auf jeden Fall den Flucht. Ich habe dich doch hier drin gehört. Da fährt ein Auto rum. Okay. Wohnwagen-Walache. Aha. Da hinten rennt einer. Ah, da hinten schießt auch einer. Gehört. Gehört. Ach man. Schade. 15. Da ist aber für meine Verhältnisse recht gut. Erstmal zur Lobby zurück. Ja, die Maps sieht geil aus. Es gibt viele neue Orte zu entdecken. Wie sowas Neues wurde einfach so eingeführt. Nice, nice. So, Aufträge technisch muss ich gucken. Die täglichen sind mir eigentlich schnurzpieps egal. Meilenstein eigentlich auch. Ähm, ansonsten. Joa. Da haben wir was erledigt. Irgendwo haben wir ihn. Ja, hier haben wir ihn erledigt. Oh, boah. Alter. 43K? Cool. Naja. Hier müssen wir noch ein bisschen was aufdecken. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Da lasst Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye. Tschüss.